Hast du eine Ansage? Die sind mal ganz rebellisch und trinken dabei ein Bier und sind total cool Verzüglich und im Hintergrund läuft irgendeine Musik, die ich... Musik muss ich auch noch machen, dass du es sagst Die Musik ist grad echt schön, das berührt mich Oh ne, Moment, das ist meine linke Hand in der Hose Oh ja, ey, wieso spielst du eigentlich zusammen? Ja, du bist automatisch nach oben gegangen Ich wusste gar nicht, ist Top oben alleine? Ach, das war ja auch das mit dem... Ah, mit diesen Dingern da einnehmen und so, scheiße Das war ja das Awesome-Müllmann Ja, voll vergessen, ey Jupp Jetzt müssen wir vorsichtig sein Wollen wir die Fragetechn-Formation machen? Weißt ihr doch Ja Ey, oder so Was sein? Oh nein Ach, egal Oh, was sein, sollte farmen gehen Nehmen wir dir... Oh, 30er Fährstensschuld, dass ich nicht farmen kann Bisschen! Bisschen! Wir machen jetzt keinen japanischen Trip wieder LANDEKA! Nicht! Hast du gerade warum gefragt? Ja Oh, Turo, Sauter Ninja, ey Hast du da? Hast du ihn eingenommen? Ja Sauber Sind wir außen oder was, ey? Sind wir außen oder was? Sehr gut Sehr gut, Männer! Jetzt können wir, Turo Jetzt ist die Zeit reif Ah, übrigens, der läuft gleich klar, dass die Musik klappt weil wir eigentlich sind Ja, er ist auf die Falle getreten So ein Idiot Egal Ja, äh, Prost Gift Turo, hast du da gemacht? Turo, hast du da gemacht? Jetzt haben wir ihn angegriffen So bad Lange sind wir da nicht trainiert We are so fucking awesome, ey Ich will nicht in dein Gift laufen, Sincht Nicht noch einmal Nie wieder in diesem Spiel Werde ich in dein Gift laufen Das ist mal ne Ansage, was? Ansage Nummer 1 Sincht! Sincht! Hayaki mit deinem Speer Lange sind Danny trainiert Hauptsache Gift und Entzünden Ihr müsst das Ding für uns Ne, es ist unser PUSH Was ist denn in Ruhe? Los, nimm ein, nimm ein, nimm ein, nimm ein Er ist doch unser schon Gut gemacht, jetzt Ich dich verlasse Jetzt Kämpf Ah verdammt, er hat den Blatt gebrochen Geh weg Du müsst da bleiben Pass auf, die anderen kommen gleich wieder rein Ich werde meine Heilung nutzen Und eine Falle Jetzt Das schaffen Sinch kommt Boah Lange von Danny trainiert Loll Hallo Daniel, es laget an dir Du es nicht, nutz die Falle Ich weiß, du kannst Scheiß, ich bin in sein Gift reingelaufen, das freut ihr eigentlich nicht Weil ja... Daniel, Daniel! Wir haben hier trainiert! Du schwingst den Stock, als wärst du mit ihm aufgewachsen. Das war mein einziger Freund auf den Bergen. Blöder Affe. Nein, ich komm nach oben. Dann rocken wir ihn richtig kaputt auf hier. Ihr kriegt aber Besuch. Mann, er tut mir so weh. Okay. Ich glaube dafür, er wird den nie wieder wehtun. Süß. Oh oh. Oh Gott, zu viele! Ah okay, verdammt. Ich dachte, ich könnte ihn noch aufhalten, aber... Nein. Chorobato! Chorobato! Du... Spaz! Two questions my ability! Lange... Mach schon mit Blut-Damage. Mach schon mit Blut-Damage. Chorobato, mach ihn fertig! Schade! LOL! Ich hab dafür gebrochen. Bleib stehen! Ja! Ich mach das, ne? Ja! Du jetzt... wenn du jetzt... Boah! Ne, ne? Ein Krieger wärst. Banz! Geht mir auf die Eier! Boah! Geht mir auf die Eier! Nein! Junge, wohne Flash, du hin! Huh, was? Okay. GG! Fick dich! Wasn't that bad, actually. Nein! Was ist hier los? Was? Was ist hier los? Ich rette dich! Hätten damit rechnen müssen. Nein. Meine Fresse, sie sind stark, ey. Gehen mir so auf den Sack, es ist unglaublich. Neue Runde! Ich kann's sagen, rein immer richtig, ne? F***ing singt, ey. Sterb ich? Nein, er gewinne Runde. Nein! Hundezone! Was geht unten ab? Ist er draufgegangen? Er enttäuscht mich. Was hast du für Items? Warum hast du so einen Zündjur hingekauft? Die habe ich in dem Moment gebraucht. Oh boy! Vertraue mir, ich habe einen Skin. Ich weiß, in dem Moment. Das war der besten Niederleer-Skin. Guter Wurf. Man kann sich ja nie... Man kann sich ja nie sicher sein. Oh nein! Ja Axi, los! Ich? Ja. Dein großer Zeitpunkt ist gekommen. Okay, wir holen sie uns. Straßenbahre! Oh, das war so cool. Mortal Kombat. Mann, dieser f***ing Zinscht, ey. Ich wollte Zinscht eigentlich spielen. Gibt's denn noch? Gibt's denn noch? Damals. Toto ist tot. Alter! Das ist so pervers, ne? Oh Leute! Every mistake is a lesson. Sag Danke, Thomas. Danke! Danke! Einmal ran. Ich werde ihn immer so schlagen, dass ich das Gift nicht abkriege. Scheiß drauf. Oh Gott! Tolle! Es klappt auch jedes Mal wieder, ne? Ich mein, hey, du fühlst trotzdem, aber... Tu ich nicht! Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Hauptsache, die Kay kommt für euch erst. Spass mich. Wie gut, Mann. Wir sind... Du sie... So ungefähr einfach schloss. Und jetzt geht's... Jetzt geht sie rauf, ey. Auf der Enderwegung. Nein, Zinscht, das Geist eingesetzt! Modus noch zu dir zu kommen? Ja, Mann. Nein! 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 Nevermind! Ah, naja. Like you! Das wollen wir auch nicht versuchen. Weiß, wer sterben wird? In den Zoom! In den Zoom! Nein! Ich dachte, du hältst dich an mir fest. Rian und dein Leben! Scheiße, Mensch, ey. OP-Shit. Halt dich an mir fest! Muss... Sorry, kann grad nicht gucken, muss einkaufen. Oh, jetzt höre ich auch den Retro-Mix. Tio, wo das Pro und Sound gab es. Ne? Oh, Mann. Oh, mein Gott, wie laut! Danke, danke, Ohrenpips. Ich gebock mir, Mann! Diese Scheiße sind schlecht! Und ich hab mein Bier sogar vergessen. So wütend bin ich, ey. Okay. Also, nix, Neal! Ah, nein! Ich hab die Kunde aufgemacht. Ich dachte mir, ich muss alles auf eine Karte setzen. Einen... Einen Kewig auf Leben und Tod mit Piranhas... ...und so weiter bekannt. Ich versteh schon. Lass mal irgendwie... Bin dabei. Geustin-Loll-Runde-Evil! Okay. War ein guter Aufnahmetest? Guter Aufnahmetest! Dann lass noch mal machen. Einen YouTuber laden auch nur Wind hoch. Nein.